Mit der Übergabe einer Spende wurde der Jugendkunstschule auf der Zitadelle Spandau ein Wunsch erfüllt. Wenn es Menschen gibt, die Geld verdienen und dennoch sagen, ich habe gut verdient und ich möchte jetzt was für die Allgemeiner tun, dann ist es eine gute Sache, finde ich immer okay, aber dann sage ich auch immer, tue Gutes, aber rede auch drüber. Und in diesem Fall habe ich gesagt, wenn der Herr Laukert, das ist der Mann hier, der als Spender für drei Einrichtungen unseres Hauses, einmal der Jugendkunstschule heute hier, der Jugendgeschichtswerkstatt und der Garten-Arbeitsschule in Spandau, einen größeren Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat, um etwas, was sie sich wünschen oder was sie benötigen, dann anzuschaffen. Ich darf vielleicht mal ganz kurz vorstellen, das ist Herr Hoffmann. Wer ist Herr Hoffmann? Herr Hoffmann ist der Urvater dieser Jugendkunstschule, ein einzigartiges Modell. Meine Nachfolgerinnen in der Leitung der Jugendkunstschule sind Frau Katrin Weber, die dunkelhaarige Dame, und die etwas blondere Dame ist Frau Gerlinde Scholz, die das als Doppelspitze hier betreibt. Wir bieten Kindern und Jugendlichen in ihrer freien Zeit, das heißt nachmittags und vor allen Dingen an den Wochenenden, diverse Möglichkeiten zu bildnerischem Ton, Malenzeichnen, Keramik, Ton, Fotografie, Film, alles was im Bereich bildender Kunst zu tun hat. Eigentlich ein sehr erfolgreiches pädagogisches Modell. Hier sehen wir einen Mann aus Spandau, der hier auch aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist. Herr Laukert ist Spandauer sogar zu einheitlicher oder? Ich bin nicht der Loppenburger, aber ich habe sie schon mit 16 kennengelernt. Insofern ist das, ich liebe Spandauer und ich bin wirklich ein Fan von Spandauer und das ist ein toller Bezirk. Und der Dank gilt eigentlich nicht der Familie Laukert, sondern Herrn Hanke, muss ich dazu sagen. Weil, na doch, das muss man schon einmal gesagt haben. Weil wir haben gefragt, wir wollen gerne was für Spandauer tun. Wir wollen eigentlich mehr so einen Sportbereich in Richtung Fußbälle, Handbälle und das Ganze. Und da meinte er, nee, ich habe was Besseres. Und dann hat er gesagt, nehmen die Mikroskopen mal, wo wir jetzt gerade kürzlich das spendiert haben, diese Töpfergeschichte. Und das war seine Idee und nicht meine Nummer. Okay.